Herzlich Willkommen zurück zu einer der Folge Countstrike C is a go, nach wie vor Cobblestone, sind wir unterwegs. Hallo, tach. Hallo, salut. Bitte A, komm rüber. Es sind mehr. Der kommt mit hoch. Ja, von 2, 3, alles hoch. Rumba am Holz. Oh, einer Holz hinten drin. Jawoll. Das war wichtig. Das macht euch auf den B-Rush gefasst. Yo. Pro-90. Aber jetzt müsste ich die, jetzt müsste ich die Smoke können, ey. Hier aus dem Connector raus, oder welche? Ja, genau. Ja, genau. Grenade raus. Grenade. Stopp, da kommen sie. Einer. Zwei. Smoke liegt beschissen. Aha, noch einer da ist, ist low. Ja, okay. Auch die waren beide low. Ist noch einer? Throwing Grenade. Ne, ne, ne. Ja, okay. Einer muss Connector und einer lang gucken. Bombe liegt bei euch. Aber nur falls er halt kommt. Was soll er denn saven? Ist da einer gewesen? Mh, mh. Ist auf jeden Fall Dropper oder lang. Also Steps auf Holz. Dropper oder? Ja. Lugi, Junge. Lugi, Lugi. Was hast du gemacht? Lugi, Lugi. Wie, wie ist nochmal das Aim für die Connector Smoke? Ähm, Moment, du meinst von hier nach dahinten? Das kann ich dir leider nicht sagen, weil ich werfe die nie. Aber ich werfe immer eine, wenn du vorm Dropper stehst. Wie lange habe ich nichts gesehen? Wird er auch noch frei? Wird er auch noch frei? Deploying. Slashbang. Incentivary out. Mitte einer. Und wahrscheinlich Q hoch noch, einer. Ich schon mal rüber. Nummer 3 Bombe Mitte Bombe könnte aber zurückgegangen sein Ich bin noch B Komm B Komm B, ich hoffe B Ja, aber noch eine Water Bombe ist B Aber ist down Letztes bei euch Schwen Hat die Waffen? Nö, hier nicht Danke, mein Auge hat ganz fürchterlich gejuckt Ich hab' den Schwung getestet Jetzt haben sie Waffen Jetzt werden sie entweder über Mitte versuchen oder A B lang Dropper wird einer peeken unter uns Action Laying down smoke Laying down smoke Throwing smoke Bitte nix Wie lang Wind Wind Infendiary Throwing a grenade War das deine smoke wieder? Oh, wo? Ach fuck Ausgerusht Ich hab' ihn nicht schnägen und killen können Dropper ist einer unten Äh, down, Entschuldigung Noch einer Dropper, der hat mich Vertraue einer 38 Und dann kriegt er in drei Meine Schuhe Kickbox Runter gesprungen Einer ist wieder hoch Einer ist wieder hoch Einer ist wieder hoch, ne? Da oben links hoch, oder was? Ja Ja Guck, twicken Knife check Forrekt Ach, links Einer ist wieder hoch Wann 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 FLEWINGost Wann was ist Vorfall ist Hing was Hing mit Hing So Covid äh cool ist aber noch hinten ich bin da, ich bin da davor das bleibt beim mittel ja ok komm langsam zwei vor holz steps teppichgang b b lang 2 komm jetzt 3 b lang ist party ich bin dropper kurz verschoben weil ich b lang mit aufhalten muss ja ich geh dropper hinten plateau 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 der kann mich ja da unten nicht sehen ich wollte es nur sagen dass er dass er unbekannt ist ah im dropper zeit ich schaffe konnte er es nicht mehr mit mir rum noise geil wird langsam so mal schauen was sie jetzt machen die hatten aber noch keine AWP glaube ich nicht georbt nicht georbt hmmm das stimmt trotzdem nicht von rechts ne also haben gespart oh fu ich geh wieder ab bombe dropper hat mich das ist jetzt beim window das ist jetzt beim window alter ok 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 sehr 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 wir haben genug cash er macht ein bisschen stress aber für den rush wäre die smoke jetzt geil gewesen ich muss sie unbedingt üben ich hab jetzt drei runden lang versucht ich krieg dich hin go 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 mit der oben zwei aber noch nicht rein in die tür ja fuck it warst ein bisschen sehr offensiv oder ja vorher flashen hat vorher eigentlich immer ganz gut funktioniert so a ja wie der q ist die bombe dort zu sehen nö ja bombe ist hier down zwei q kommen raus ne einer einer kommt raus einer ist mitte unten ja hat mich hat 90 gekriegt ach gott ich komm jetzt hoch wut wut einer wut das war der mit 10 und letzter wut nice awp einer auf b oder so ich hab sie jetzt mal mitgenommen ich würde sie nehmen hab sie da gedroppt einfach move it move it wow alter was mein spiel ist einfach ausgegangen bei mir ganz gut bin nicht überzeugt von den tricks die hier benutzt werden um hier die runden zu holen das ist schon ein bisschen weird jetzt gerade das ist echt ja was das machen wir jetzt noch guck ja haha null dollar bekommen für suizid ja nice sehr gut was ist hier los oh ja jetzt ist mein spiel auch abgestürzt was he sehr schön sehr schön let's go people christo alleine jetzt oder was ist das da ehrlich heuer ernst heuer heuer kommt b glaube ich oder a nee ich dachte das warst du entschuldigung basti komm wieder rein ins game make meister wir brauchen dich ja ich bin drin aber ja aber wurde einer erschossen von uns geil ich hab keine waffe ey er ist ja auch okay ich hab auch kein geld mehr ja das meine ich ja zum kotzen zu und mittel frei bis jetzt mitte hätte zwei unten genau direkt ins gesicht mitte immer noch einer ist durch habt ihr den? ja habt ihr steinwand hat mich geholt mich auch einer steinwand das habe ich noch nie gehabt ne neu ja das ist kein von denen erwischt das ist halt komisch vier leute von uns alle bis auf den schlechtesten ja wie lang war es ja der schlief keine 10 ja sind wir auch jetzt kommt einer ok holzkiste noch einer super low 20 zwei sind da noch noch einer einer noch links nicht gegen ardenio man mich kotzt immer an dass der typ der dropper oben steht und seine waffe nie runterfallen lässt sie bleibt immer oben liegen drei runden in schönen folge schöner m4 ohne keffler ja gut farmers musst du üben also mit der farmers musst du üben damit das sinn macht und Kollegen und auch schlug ja entweder sagst du mal an wenn du smockences oder nicht shoppen oder keine ahnung am arsch hol mir einen da weg weg meister weg meister und braun plateau oben einer plateau gleich wieder raus wenn es hier kommt die ns und holt dich eine kann ich droppen ich hab ich glaube trotzdem eine weil dann einer kein kevlar kaufen kann ja war eine über irgendwo oder ich hatte jetzt eine gedroppt aber da hatten drei unten sollte eh keiner kev landen können also weißt du da hinten jetzt der smoke oder nicht? nein ich habe kein geld flashbang ist wieder wie lang plötzlich höre ich was kann auch fakie sein flash nee ja ich habe die zweite jetzt schon noch eine flash dritte vierte vierte flash und zwei leute fünfte smoke bin fast tot hinten drauf ich geh rein da geh du brother dropper hab ihn ja einer in der box oben zurück gegangen der ist lang bombe ist dropper oben oh sorry au hier kann er haulen die bombe und dann geht er vielleicht dropper flash doch noch mal aus dem fenster raus der letzte er hat keine bombe sie ist bei mir aber er hat sie gerade Richtung ab oder wegen ja aber er hat sie gerade Richtung ab oder wegen Jetzt hatte ich Geld für nur Flasch, äh für nur Smoke. Dann schmeißt du die und ich schmeiß die danach. Okay. Hey McMaster, deine Krone verabschiedet sich langsam von dir. Die Krone? Die haben halt immer mehr. Grenade out. Laying down the floor. Spät, so lange tun wir es nicht. Zwei. Zwei Flashes. Zwei Flashes. Ich hab keine Geraden mehr. Ich hab noch eine. Ich lag so richtig beschissen jetzt. Mitte T-Seite einer. Bombe ist down the dropper. Oben oder unten? Oben. Einer hinten. An der Box. Tot. Oh noch eine. Nee. Doch. Oh noch. Vollst gesteppt. Alter wie oft denn noch? Er hat die Bombe da oben geholt glaube ich. Ja mit der Pipp. Ja mit der Pipp. Wir haben gewonnen. Hui. Ja we did it. We did it. Puh. Aber auch ein krasses Match. 102. Auf jeden Fall. Ja. 46 Kills. Alter Dalu. Was ist los mit dir? Ja. Cobbled Stone ne? Stone. Aber nicht ganz gut. Langsam wird es echt kriminell mit den Rängen. Hast du eine Rang ab hier oder was? Nee nee. Aber wir haben bald die ersten ganz fiesen Bildchen glaube ich. Wenn das so weiter geht. Gegen die wir spielen. Ich ziehe jetzt erstmal wieder einen Knife ne? Gute Runde nach Cobbled und Knife. Ja klappt nicht mit Ankündigung. Hätte ich geheim machen müssen. Aufnahme lief noch. Ja gut Leute. Apester.de. Checks vorbei. Sichert euch eure Sachen. Juuu. Macht das. Bis dahin. See you later. Tschüss. Tschüss.